Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Kursentrainer aus Karlsruhe. Wie versprochen, heute nochmal Freitagabend, was haben wir, knapp 18 Uhr und somit 24 Stunden circa vor dem Wettkampf. Nochmal Formcheck, damit ihr seht, wie ich aussehe, wie sich es verändert. Ihr habt jetzt den Verlauf gehabt, in den letzten paar Tagen. Und so sieht es jetzt aus. Also definitiv ist jetzt kolkratechnisch nichts mehr drin. Beine. Da ist noch ein bisschen Wasser drüber, das werden wir wohl heute nach noch eliminieren. Es gibt relativ wenig zu trinken, heute schon den ganzen Tag salzfrei und nachher wird aufgeladen. ca. 300 Gramm verwertbare Kohlenrate werden es werden. Aber jetzt schon sichtbar, dass natürlich wieder die Haut ein Stück dünner ist. Das ganze war runter. Jetzt wir können noch mal ein Stück herab. noch mal ein Stück herab. noch mal ein Stück herab. Und mal als ganz voll hinten. Ich sehe es nicht. Ihr seht es. So, das ist vorm Laden. Sei es verdammt. Noch in eineinhalb Stunden geht es los mit der Auflage. 300 Gramm verdammt. Verwertbare Kohlenrate. Rein mit. Relativ fähig trinken. Und über Nacht wird wohl noch so ein halbes, gleichviertel Liter Wasser rausgehen, sodass es ganz natürlich enorm ein bisschen dünner wird. Aber ihr seht schon, da sieht man jetzt schon das Atembild unten drunter. Da ist noch ein bisschen was. Das muss noch eliminiert werden. Aber ich bin zuversichtlich, das passt. Das war's für heute. Personal Adresse Liefer aus Grazowel. 24 Stunden komplett Kampf. Deine Fitness. Meine Aufgabe.